Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sims 4 bei den Murphys, James und Hannah und hier bringt James gerade Julia zu Bett, seine kleine Tochter und ist im Begriff, gerade selbst einzuschlafen. Ja, ich bin mal gespannt, ob er es durchpackt, das Buch auch zu lesen oder ob ihm die Augen zufallen. Flamilabu. Der muss dringend auf Toilette und ja, Mensch, ich hatte eigentlich vorgehabt, mal für James und was ist das denn? Ach, das ist ein Ball. Das ist ein Ball. Ich hatte eigentlich vorgehabt, für James und Hannah mal wieder einen gemütlichen, romantischen Abend auszurichten. Und ja, jetzt ist Hannah schon im Bett, James fällt auch gleich um, das war's ja schon. Also gemütlichen Abend, den kann ich mir heute auf jeden Fall mit den beiden von der Backe putzen und warum steht denn Hannah wieder auf? Weil Rocky die wach gebellt hat. Willst du mich veräppeln, Hund? Warum über Aufwecken belehren? Das wird hier jetzt, das findet hier jetzt sofort an dieser Stelle ein Ende. So nicht, mein Lieber. Was? Der hat Hannah angeknurrt. Ernsthaft? Der hat Hannah angeknurrt. Warum das denn? Ach, was ist denn los? Was ist los? Sag mal, was ist los? Rocky sieht wütend aus. Beruhige ihn, bevor er Ärger macht. Warum ist der wütend? Halskrause, vielleicht weil wir ihm die Halskrause wieder abnehmen können? Ist er deswegen müde? Und jetzt ist er wieder gut drauf. Ich glaube, es lag an der Halskrause. Die ist definitiv zu lange angewiesen. Deswegen hat er uns jetzt auch wach gebellt. Er ist halt ein intelligentes Tier. Der hilft sich selbst, ne? Der denkt sich, okay, wenn die Erwachsene mich wegen der kleinen Julia vergessen haben, dann muss ich die einfach dran erinnern. Und du musst auf Toilette dann bitten, das Geschäft zu erledigen. Du weißt doch, wo der Weg raus ist, oder? Mach das bloß nicht hier auf den Teppich. Du weißt, dass du nur draußen dein Häufchen machen darfst. Ja, und da dackelt er schon davon. Ich glaube, Rocky hat es kapiert. Und wir können uns wieder beruhigt und sorglos ins Bett legen. Wo James auch schon sofort eingepennt ist. Ja. Oh, und der Kleine schläft hier. Warum schläfst du denn hier? Hast du denn, du hast hier ein Körbchen, hast du auch ein Schlafzimmer? Du hast doch, hast du, weißt du was, wir machen, wir machen hier noch ein Körbchen im Schlafzimmer. Das fände ich ganz cool. Der soll nicht so weit weg vom Schuss sein, hier unten im Wohnzimmer. Nein, er kriegt jetzt hier sein eigenes Bettchen. So. Und ich glaube, ich sollte den Mod wieder ins Spiel holen, dass man seine Tiere selbst steuern kann. Weil ich das doch schon irgendwo besser finde, wenn ich sagen kann, okay, hier, komm, hopp, Rocky, ab ins Körbchen. Und so müsste ich jetzt irgendeinen der Sims dazu wecken und das finde ich gerade zu stressig. Deswegen liegt jetzt Rocky draußen auf der Parkbank, ganz allein, nur für sich. Und hier ist schon wieder das Radio an. Ja, meine Sims, die kriegen eine Stromrechnung, von der ich besser nichts wissen möchte, glaube ich. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich habe mir tatsächlich, was ist das denn? Ach, das ist nur Gänseblümchenstrauch. Ja, also irgendwie verfällt gerade alles so ein bisschen in meinem Haushalt. Apropos verfallen, mir fällt gerade etwas auf. Eins nach dem anderen. Durch den Wintermod, den ich drin hatte, habe ich hier eine Textur entfernt. Und zwar hier diese, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, Kieselstein-Textur, die ich hier drin hatte, gerade für den Gartenweg. Weil der wurde nicht wirklich übernommen, dass der halt eben auch bei Schnee angezeigt hat. Wir machen hier mal so ein bisschen, dass sich das so verläuft. Und dann hier wieder, hatten wir ja so eine Art Runden-Pavillon, da kann ich es mal wieder ein bisschen stärker einstellen. So, einmal hier rum. So, glaube dann haben wir es auch schon wieder erfasst, wie es sein sollte. Okay, vielleicht nicht ganz so perfekt wie beim ersten Mal, aber eigentlich gefällt es mir. Hier war halt so eine Art Pavillon, oder was heißt Pavillon, aber so eine Rundung, wo dann hier der Gartentisch stand, der momentan natürlich nicht mehr dasteht, weil der Winter ja gerade erst da gewesen ist. Und dann machen wir hier, da machen wir hier mal so. So, dann haben wir hier jetzt unseren schönen Weg. Und wer weiß, vielleicht verändere ich das noch, je nachdem, wie ich gerade Bock dazu habe. Aber man sieht, es verfällt so ein bisschen alles hier im Haushalt. Und Murphy, gerade so die Pflanzen, um die kümmere ich mich momentan gar nicht, weil ich einfach nicht weiß, wann. Meine Sims haben einfach nicht so viel Energie, wie sie bräuchten, um all das zu erledigen, was erledigt werden muss. Und wer ist denn da schon auf den Beinen? Das ist die liebe Hannah. Rocky hat Hunger. Fütter ihn, indem du ein Leckerchen gibst oder in die Futterschüssel hinstellst. Ähm, hallo? Rocky, bist du verrückt? Ach, der pennt gerade. Es ist nur so eine Meldung. Ich dachte, der besteht vor Hannah und bellt. Nein, der pennt immer noch. Und ich weiß, er findet den Weg zum Napf. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. So, wir ziehen uns mal an. Und wir machen etwas ganz Verrücktes. Wir lassen Hannah ihr Buch wieder schreiben, weiterschreiben, ihr Kinderbuch weiterschreiben. Ich gönne der mal diese eine Stunde Privatsphäre, wo sie wieder ihrem Hobby, ihrer Leidenschaft frönen kann. Ja, ähm, dir geht's schlecht, aber komm, du weißt doch Bescheid, wo es lang geht, oder? Ich glaube, der weiß ganz genau Bescheid, wo es lang geht. Und schaut mal, wie der rast. Ab in die Küche und da ist der Napf. Guck mal, was sag ich, Spiel. Der kennt sich aus hier in diesem Haus. Ähm, so. Und damit, ja, okay. Okay, Julia müsste gebadet werden und James pennt noch selig. Soll er ruhig machen, soll er ruhig machen. Eigentlich könnten wir ja mit James auch nochmal Gassi, also könnte James mit Rocky nochmal Gassi gehen. Oh, er muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, was machen wir in dieser einen Stunde? Wir machen was Verrücktes. Wir baden Julia, damit die Mama nicht so viel Stress an der Backen hat. Ein bisschen Mithelfen im Haushalt und ein bisschen der Mama unter die Arme greifen. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Und ja, was ich noch gar nicht ausprobiert habe, das fiel mir ja dann jetzt auch so die letzten Tage auf, während ich hier so am Zocken war, die Sims. Ich habe dieses neue Kleinkindpack noch gar nicht ausprobiert. Sprich, ich habe die ganzen, ich weiß nicht, was es alles so gibt. Schauen wir mal kurz rein. Hallo, hallo, hallo. Ähm, wo ist es denn? Bilder, Packs, wo haben wir denn das? Kinderzimmer, Gartenschatz, Kleinkind. Wir haben diese ganzen Kleinkind-Gegenstände noch gar nicht ausprobiert. Und was haltet ihr davon, wenn wir, ähm, ja, sowas in der Richtung bauen? Also so eine kleine, Kleinkind-Hochburg. Wow, das ist sehr, sehr groß. Okay, hier gibt es das Getrennt und hier gibt es das so. In was für Farben eigentlich? Okay, in Quietsch-Lila, wo kein Junge reingeht und in Schwarz-Weiß. Da hat sich EA mit den Farben ja Mühe gegeben. Finde ich jetzt nicht so überwältigend. Meine Lust für ein Kleinkind-Areal schwindet gerade, stelle ich gerade fest. Was haben wir da denn? Achso, nur ein, ein Pfahl. Ähm, ja. Okay. Hm. Das sieht ja ganz cool aus, obwohl das ist nur ein Regal, ein Dekoregal, oder? Ja, Baumhaus für Knirpse. Nein, das ist, das ist, das ist, das ist ein Kleinkind-Dingeln. Können wir das nicht einfach mal hier so draußen hinstellen lassen und schauen? Das ist aber ein ganz schön kleines Baumhaus. Oder bin ich jetzt gerade auf dem Holzweg? Das ist mein Stumpf, das ist einfach nur Deko, Deko, Deko. Ein Regisseurstuhl, das ist auch nur Deko, Deko. Ja, okay, das ist halt ein Kühlwagen. Eine Schaukel. Ey, wir könnten doch eigentlich, weiß nicht, keine Ahnung. Auf der einen Seite würde ich es gerne ausprobieren, auf der anderen Seite scheue ich mich gerade ein bisschen davor, in dem Baummodus herumzuwühlen. Einfach, weil ich mich da ewig drin versacke und dann ärgern mich schon wieder solche komischen Farben. So Senfgelb. Oh. Ja, toll. Aber das könnte man doch mal erstmal ausprobieren. Was ist das? Wie macht man das? Hä? Das sieht für mich irgendwie aus wie so ein stinknormales Regal. Stellen wir das mal ins Wohnzimmer oder stellen wir das... Nein, wir stellen das nach draußen. Oder ich... Keine Ahnung. Ach, komm, wir stellen es nach draußen hin. Wir können ja auch eine Kleinkindparty veranstalten. Ich meine, blöd, dass Leonie jetzt gerade erwachsen geworden ist. Aber wir können ja eine Kleinkindparty veranstalten. Nur mit... Ja. Mit, ähm... Lea und mit Julia. Warum nicht? Und eine kleine Rutsche. Wir machen hier... Wir machen das hier jetzt mal ganz sporadisch. Und... Ja, machen einfach eine kleine Kleinkindparty. Haben wir hier so ein bisschen... Deckel. Wäre eigentlich eine super Geburtstagsparty gewesen. Ach, Mensch. Irgendwie finde ich das richtig traurig, dass ich das so versagt habe. Aber das ist irgendwie blöd bei den Sims. Du kannst es nicht kontrollieren, wie die sich benehmen. Und worauf die gerade Bock haben. Und was denen da gerade einfach alles einfällt. Meist nichts Gutes oder irgendwas im falschen Moment. So. Und dann haben wir hier unsere kleine Spielwiese. Das machen wir ein bisschen weiter hier hin. Und dann haben wir unsere kleine Spielwiese. Und dann gibt es heute einen lustigen, beschwingten Nachmittag mit den Kleinkindern. Und wo, 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 wo sind meine Sims? Ah, ja. Aus diesem Grunde wird Julia schön herausgeputzt. Und da schreibt jemand in Ruhe fleißig weiter. Und da will ich Hannah ehrlich gesagt jetzt auch gar nicht großartig stören. Weil die Gute kommt so gut wie nie zum Schreiben. Und da unten sehe ich schon Rocky herumflitzen. Ach Mensch, ich glaube, ich muss den Mod wieder reintun. Ich will wissen, was der macht und wo der hin will. Und was ihm da gerade so in den Sinn kommt. Aha, der will ins Badezimmer. Und denkt sich, boah, das ist hier ganz schön nass hier. Dieser kleine Terrorzwerg. Oh, die Pflicht ruft. Die Welt ist ein riesiger Sumpf des Verbrechens. Ja, mitmachen oder allein losschicken. Dich schicken wir mal allein los. Weil sonst kriege ich das ja mit dem Kleinkindtreffen nicht mehr gemeistert. Und jetzt ist der Moment gekommen, in dem Hannah aufhören muss zu schreiben. Und wir werden Rocky erstmal darüber belehren, dass man nicht aus irgendwelchen Pfützen trinken sollte. Wir haben hier ja noch einen Erziehungsauftrag zu erfüllen an Rocky und an Julia. So, ähm, wir können den ja mal spielen und streicheln. Ja, ja, hier sieht's ganz furchtbar aus. Ähm, oh Gott, was ist los mit dir? Ach komm, weil kein Elternteil in der Nähe ist. Nein, es ist ein Elternteil in der Nähe. Ähm, liebevoll umarmen. Oh Gott, das wird anstrengend, dieser Tag. Ich glaube, das wird echt anstrengend. Ähm, nörgeln. Warum sollen wir denn mit der nörgeln? Ich meine, die ist halt einfach traurig. Die weiß nicht, warum jetzt einfach plötzlich der Papa abgehauen ist und sich verabschiedet hat. Ich glaube, ich meine, man muss dazu sagen, die Gedankenwelt eines ganz, ganz kleinen Kindes ist halt sehr existenziell. Was gerade da ist und was ich sehen kann, das existiert auch. Und das, was ich nicht sehen kann, das existiert nicht. Und wenn der Papa dann plötzlich weg ist, ich meine, ihr könnt euch selber ausdenken, was, ähm, so ein ganz kleines Kind dann in dem Moment denkt. Und es fühlt sich dann mit Sicherheit sehr verlassen. Da braucht man nicht das Nörgeln anfangen, Hannah. Aber, ja, jetzt ist sie ja wieder glücklich. Mama ist da, alles ist toll. Soweit jemand noch da ist und sie nicht ganz alleine ist, ist alles toll. Oha, was haben wir da geliebt. Sich um ein Kleinkind kümmern zu dürfen, ist Belohnung genug. Und das ist so süß. Ach Göttchen, so süß. Ähm, dieses Kleinkind ist einfach hinreißend. Wie kann etwas so Kleines so niedlich sein? Oh, das ist echt super, super schön. Ich kann sagen, dass sich Hannah trotz allem Stress immer noch so freut über die kleine Julia. Und bevor ich das vergesse, wir werden jetzt ein gesellschaftliches Ereignis planen. Und wir werden uns davon nicht abhalten lassen. Und ich mache jetzt hier mal schnell alle Interaktionen aus, ähm, weil mir sonst die Zeit flöten geht. Spaß im Badezimmer. So könnte ich diese Folge nennen. Ganz ehrlich. Ähm, ja, wo haben wir denn Kleinkind-Spieltreffen? Gib eine große Party für kleine Sims. Lade alle Bekannten deines Kleinkindes zu einem lustigen und fröhlichen Spiele-Treffen ein. Während die Kleinen toben, kannst du mit anderen Betreuern grillen und Erziehungstipps austauschen. Yay, hört sich super an, mit Erziehungstipps auszutauschen. Ähm, so, einmal hier, klicke ein, äh, betreuender Gastgeber ist natürlich die Hannah und klicke Gastgeber Kleinkind ist Julia und Gast Kleinkind ist Lea. Und schon haben wir die Kleinkind-Party. In der Murphy-Residenz war es auch sonst. Und deswegen packen wir uns mal, ähm, hochheben. Oha, was ist los? Ach, sie ist nur, sie will nur rumalbern. Ach Gottchen, ist das putzig. Und dann bringen wir, ähm, dann bringen wir sie mal hier hin. Ähm, eigentlich könnten wir ja schon wieder den, oha, da hat ja Rocky ein Häufchen gemacht, ein kleines Stinkhäufchen liegt da. Ja, eigentlich könnten wir ja wieder den Tisch aufbauen, stelle ich gerade fest, weil ich, ähm, mir vorstellen kann, dass so ein bisschen Essen gar keine schlechte Idee ist. So, ähm, äh, 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 wo will der Stuhl denn hin? Da. Und dann legen wir einfach irgendwas, was im Kühlschrank ist, aus als Essen. Ja, wir sind super Gastgeber, Gastgeber bei uns gibt es gerade nur Reste essen. Ähm, mehr Auswahl öffnen. Und dann werden wir hier, oh, guck mal, was wir alles haben. Wir haben arme Ritter. Komm, die dürfen verputzt werden. Tanz Jemenbericht. Ich bin ja froh, dass das regelmäßig hier reinkommt als Budget. Hallo? Ähm, du solltest deine kleine Tochter mit hierher bringen. Stattdessen hast du die da oben gelassen und bist selber hergelaufen. Ey, das ist eine super Idee. Ähm, ja. Du weißt schon, dass die Kleine da nicht lang latschen kann. Oder kannst du es doch lang latschen? Die kann doch mittlerweile schon Treppen laufen, oder? Ja, und dann Julia hier absetzen. So. Wo ist das andere Kleinkind? Oh Gott. Ähm, da oben ist sie schon. Ähm, hochheben. Und die Kleine hat sich schon direkt bedient. Ach, ist das super, wenn die Kinder ein bisschen selbstständiger werden. Weil sonst läuft sich Hannah hier den Wolf. Jetzt muss sie erst mal die kleine Lea holen. Das ist der einzige Nachteil, wenn, ja, wenn das Haus so groß ist, dass die Sims sich halt frei im Haus herum verteilen. Und wir setzen Lea hier ab. Und dann können die munter drauf losspielen. Und ich möchte wissen, wie es aussieht. Ach, das ist einfach nur ein Puppenhaus. So ein Puppenbaumhaus. Okay. Hätte man jetzt aber auch einen Ticken liebevoller gestalten können. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber, was soll ich hier sagen hier mit diesem, keine Ahnung, 80er Jahre Pixelbild. Ich weiß auch nicht. Sag ich lieber nichts zu. Einfach ignorieren. Über LKW reden. Oh, geil. Hey, rede mit Lea. Werde ihre beste Freundin. Oh, ist das süß. So wird... Ist das toll. Das Bild ist einfach nur herrlich. Muss ich mal ein bisschen ranzoomen. Im Hintergrund rast Rocky an den Kleinkindern vorbei. Während, ja, Julia und Lea so ein bisschen Smalltalk halten. Vor allem Lea mit ihrer kleinen... Mit ihrem kleinen Damenhut. Ich glaube, wir brauchen für Rocky auch mal so ein Spielzeug, so ein Parcours-Park. Oh Gott, wie süß die sich unterhalten. Und irgendwie können die schon richtig sprechen. Das ist einfach putzig. Ach Gottchen. Könnt ihr auch gemeinsam... Oh, Speisen essen. Einem Kleinkind beim Klettern helfen. Gott, Sims gleichzeitig verspielt sein lassen. Gastgeber knüpfen Kontakte mit Gästen. Einladen mit Puppen zu spielen. Okay. Julia möchte, glaube ich, gerade alles auf einmal. Erst Puppenhaus ausprobieren. Dann hier rein. Also irgendwie ist gerade alles super interessant. Und Lea hat nur Hunger. Wird ja auch von ihren Pappis immer dauernd gefüttert. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass man hier nicht sofort das Essen nachgeschmissen bekommt. Keine Ahnung, wo die hin will. Aber ich beobachte mir jetzt einfach mal die kleine, süße... Ja, die kleine, süße Julia. Und plötzlich, woom, da taucht sie auf. Und wo taucht sie jetzt auf? Äh, ja. Wunderschöne Grafik. Ein erstklassiges Spiel. Bestseller unter den Lebenssimulationen. Ähm, ja. Da muss jemand auf Toilette. Wo haben wir denn unseren Gast versteckt? Ach, der sitzt hier. Ja, klar. Ähm, einfach so auf der R. Ach, da ist der stinkende Teller. Ich hab ihn gefunden. Einfach so auf der, ähm, auf der Erde sitzen. Das ist... Das ist für eine Dame mit Ruth nicht angemessen. Deswegen hat sie sich wohl hier in die Küche verzogen. Während... Wo ist... Ach, guck mal. Da kommt jemand hinterher. Weil quatschen einfach mit am besten ist, über Party reden. Ja, quatsch mal über die Party. Hm. Habt ihr das gesehen? Rocky schaut den Müll an und leckt sich die Lippen. Soll ich den jetzt umkippen? Oder kriegt Frauchen das mit? Und dann kriege ich Ärger. Oh. Das wäre doch zu verführerisch. Ähm, warum? Anna? Anna? Lass den Kleine raus. Was die, was die, was die Erwachsenen Sims mit ihren Hochstühlen haben? Ich weiß ja auch nicht. Hm. Keine Ahnung, was Lea, äh, was Hannah da macht. Ja, die Sims, ne? Ups, und wieder raus mit dir. Vielleicht so, ja, ich weiß nicht. Es liegt wahrscheinlich an dem freien Willen. Ja, jetzt schleppt sie Hannah mit zum Fernseher. Verstehe einer, Hannah. Ja. Oha, da ist jemand müde und... Bitte, wie... Ach so, geht ja nicht mehr lange. Dauert nur noch eine Stunde. Und Julia ist müde. Für sie ist das Spiel jetzt gelaufen. Toll. Ähm, magst du nicht vielleicht noch einmal klettern und... Das habe ich als einziges noch nicht gesehen. Ähm, ja, da klettert sie wieder runter. Ich will das aber noch einmal sehen, bevor ich hier alles wieder abbaue und mein Gate zurückverlange. Oh, wer weint da? Wer weint da? Ich habe doch gerade jemanden weinen gehört. Du solltest mal die Kleine hier trösten. Oha, mehr Auswahl, freundlich, ähm, Kinderbetreuung, Baden, Essen geben. Das ist alles nur das Funktionale. Aber hat die nicht gerade geweint? Stopp, 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 und da läuft sie. Oh, so süß. Ja, einfach unbeeindruckt an den Ratten vorbei und fast eine mit dem Fuß zertramt. Ja. So geht das, meine lieben Sims. Nicht wie jedes Mal, wenn eine Maus vorbeiläuft. Oh, machen, ich meine, es ist ja nur eine Maus. Sie tut ja nichts, außer da rumrennen. Und da kommt sie. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich möchte sehen, wie du da drauf rumkletterst. Und ich möchte sehen, wie du da drauf runterrutschst. Kleinkind beim Klettern helfen. Oh. Aber nein, Julia kann doch schon alleine klettern, oder? Doch. Oha, Kleinkind-Spieltreffen war nicht erfolgreich. Und, rutschst du? Oh ja, komm, hilf Julia beim Rutschen. Ich glaube, da hat sie doch ein bisschen Respekt, ein bisschen Angst vor. Es ist ja auch verdammt hoch, ne? Oh, das ist so süß. Das ist so niedlich. Oha, warum ist die denn... Ach, die ist jetzt müde. Komm, einmal klettern und einmal rutschen noch. Und dann kannst du ins Bett gehen. Wohlverdient. Nach einem aufregenden Tag. Es ist schon ganz niedlich gemacht. Oh, es ist so süß und es ist echt super, super niedlich gemacht. Oh, da will jemand Aufmerksamkeit. Und streicheln wir mal. Und können wir was spielen, 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 freundlich. Oh, küssen. Ja, wir brauchen hier mal ein bisschen Zeit für Rocky. So, aber ich mache das hier jetzt erstmal komplett weg. Ich brauche die ganze Knete wieder und wir stellen den Tisch mal ein bisschen zentraler wieder in die Runde und können wir das hier wieder... Können wir das hier wieder... Oh, es ist verdorben. Brauchen wir gar nicht mehr in den Kühlschrank stellen. Die Zeiten sind abgelaufen. Oh, mal so ein richtig schöner Tag mit Frauchen. Nur mit Frauchen. Und bürsten. Ja, komm. Lass mal ein bisschen dein Fell bürsten. Oha, und Julia klettert von allein ins Bett. Die Kleine, die hat sich super im Griff und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh drum, weil, ja, es wird doch ein bisschen viel. Wir räumen das mal auf und James hat heute 180 Simulierons nach Hause gebracht. Guck mal, das läuft doch schon mal viel besser als beim letzten Mal. Dann kannst du ja direkt schon mal duschen gehen, eine schnelle Dusche und dann mit Rocky gehen, der mit Sicherheit einen ausgedehnten Spaziergang braucht. Also, ja, ich sag ja, dieses Mauseloch. Wisst ihr was? Mir geht's jetzt so dermaßen auf die Nüsse, dass ich das jetzt hier wegmache. Weg ist weg. Geht's auf Nerven. Immer dieses Mauseloch, meine Sims regen sich drüber auf und ich habe gedacht, das wäre doch eigentlich eine super Beschäftigung für Chloe und Chloe ist aber so faul, dass sie da, ähm, diesen Mauseloch und den Mäusen, die da rausgekommen sind, keines, äh, keines, keines zweiten Blickes gewürdigt hat. Ah, und Rocky gönnt sich ein wenig Knabberei am Spielzeug mit der kleinen, ja, Plastikmaus. Unabhängig davon, dass hier draußen echte Mäuse gewesen sind. Naja, wer weiß, vielleicht ist Rocky ja auch nur ein friedliebendes Tier, das keine Lust hat, andere Tiere zu verletzen oder irgendwie zu schaden. Kann ja auch sein. Ähm, Julian, den Schlaf lesen? Ja, keine Ahnung, was meine Sims vorhaben, wenn die sich ganz lange ansehen, voreinander stehen bleiben, irgendwas machen und es dann rückgängig machen. Interessant. So, ab ins Bett, Fräulein. Und so beginnt der Tag, wie er angefangen hat. Interessant. Ja, und danach geht eigentlich, schaffen wir das noch, dass, schaffen wir das noch, dass James und Hannah einen romantischen Abend zu zweit bekommen? Mal schauen. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Phoenix.